Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um unseren neuen Abo-Mitgliederbereich für die Marktkommunikation. Wenn du dich nämlich mit Marco-Themen auseinandersetzen musst, gerade in den nächsten Jahren, in denen ja praktisch ständig richtig große Änderungen wieder bevorstehen, so wie schon in den letzten Jahren, mit der Marco 22 zum Beispiel, dann ist das vielleicht der richtige Weg für dich. Neben den YouTube-Videos und Podcasts und neben den Seminaren, die ich zum Beispiel auch im September rund um die Marco dann mache, und natürlich unseren E-Books und Online-Kursen, ist es ja vielleicht trotzdem mal wichtig, so dauerhaft ein Nachschlagewerk zu haben, was richtig gut und für dich als Leser ausgerichtet ist, nicht so wie die Bundesnetzagentur-Dokumente. Und wo du aber auch nochmal weitere Infos hast, aktuelle Entwicklungen niedergeschrieben hast, Infografiken und Erklärvideos, die exklusiv sind, also nicht auf YouTube und so weiter. Dafür gibt es jetzt unseren Abo-Mitglieder-Bereich. Wenn ihr nicht eingeloggt seid, wenn ihr nicht Kunde seid, habt ihr einen Hinweis, hier werden die exklusiven Inhalte zu Marco gesammelt, aber die Inhalte können nur gesehen werden, wenn man zahlendes Mitglied ist, Punkt bei Punkt, und dann ist hier der Link auf unser Produkt. Auch wenn ihr ansonsten von jemandem, der schon Käufer ist, den Link bekommt auf der Unterseite, dann seht ihr hier nur den Hinweis, hier ist der erste Satz freigeschrieben und danach der Inhalt ist nur Mitgliedern vorbehalten. Dahinter steckt ein Produkt auf unserem Lernportal, auf unserer Webseite. Wenn ihr hier schon mal irgendwas jemals in einem Online-Shop gekauft habt, ist es genauso wie die anderen. Ihr seht dann hier zum Beispiel, naja, okay, das ist meinetwegen ganz interessant, ich will mich mal hier weiter mit Netzzugang beschäftigen oder mit anderen Themen. Hier wird ein bisschen darauf eingegangen, was so alles dahinter steckt. Dann ist hier die Möglichkeit, das in den Einkaufswagen zu stecken. Hier steht dann schon 47 Euro pro Monat, das ist Brutto, das heißt in Netto ungefähr 40 Euro. Das ist ein absolut fairer Preis, sowohl für Privatpersonen, die sich richtig tiefgreifend damit beschäftigen wollen, weil sie sich beruflich weiterentwickeln wollen, aber eben auch für die Stadtwerke, die sagen, hey, wir müssen mal vielleicht fünf Mitarbeitern hier einen dauerhaften Zugriff auf solche coolen Inhalte geben. Wer das als Stadtwerk jetzt nicht über den Online-Shop so machen kann, hier unten ist auch ein Kontaktformular, einfach hier reinschreiben, wie viele Mitarbeiter und so weiter und wie ihr das zahlen wollt. Ihr kann mir prinzipiell Lastschrifteinzug in Zukunft auch vorstellen, aktuell würdet ihr wahrscheinlich monatliche Rechnungen schreiben. Dann packt ihr euch das in den Warenkorb und seht dann auch ganz normal, alles klar, hier sind die Hinweise, na, einmalig jetzt sofort 47 Euro und dann jeden Monat, erste Verlängerung praktisch in einem Monat. Und in der Kasse selbst, wo ihr dann die Daten eingeben könnt, seht ihr, eines ist über PayPal und dann die PayPal-Zahlungswege, die euch zur Verfügung stehen, weil hier unten sehen wir dann auch, PayPal selbst später bezahlen oder auch die SEPA-Lastschrift, können hier genutzt werden oder halt direkt über die Kreditkarte, Firmenkreditkarte zum Beispiel, kann das dann bestellt werden und wird monatlich automatisiert abgebucht. Wenn ihr das dann gemacht habt und ihr seid dann Mitglied, dann seht ihr hier plötzlich die exklusiven Inhalte. Und zum Beispiel jetzt hier die Übersicht der ersten Themen, die wir hier als Aufschlag erstmal als Grundlagenthemen reinpacken wollen, so ein bisschen was zum Rollenmodell, also Marktstruktur, zu den Stammdaten, die wir so nutzen, zu den Marktregeln und Prozessvorgaben, die es da so gibt, die Nachrichtentypen, E-Defakt und so weiter. Und erstmal grundlegend natürlich mit GBKE weiter rein starten und dann geht es natürlich weiter mit Wim, Marbles und so weiter. Und so ein paar Sonderthemen, die aktuell natürlich viel, viel in Bewegung sind. Wenn ihr das dann hier habt, könnt ihr so reinklicken in die einzelnen Unterthemen und seht dann zum Beispiel wie hier, das habt ihr auch so ein Screenshot im Warenkorb gesehen, also der Hinweis auf das Netzzugangsmodell, wie das so in Verbindung steht und was also dahinter ist, oder so die Gesamtübersicht über unsere Marktregeln, wie die so genauer strukturiert sind und was so dahinter steckt oder Hinweis auf die ganzen Unterthemen und könnt ihr immer abspringen auf das, was gerade interessant ist und dann eben euch weiter damit beschäftigen, wie das alles so funktioniert und gemeint ist und euch hier tiefer reinarbeiten. Das Wichtige ist, neben diesen grundlegenden Landingpages gibt es dann natürlich, je nachdem, was ihr auch wollt und braucht, konkrete Infografiken, Zeitabläufe für die Einführungsszenarien zum Beispiel und das nochmal ein bisschen plausibler oder besser aus Anwendersicht darzustellen oder eben exklusive Erklärvideos, die dann nicht auf YouTube sind, sondern nur hier in unserem Login-Bereich bei meinem Video-Hoster oder ein Fragenforum, wo ihr eure Punkte einfach reinwerfen könnt und dann praktisch, ich garantiere, und das steht auch so in dem Produkt selbst drin, ich garantiere euch da in einer von 48 Stunden eine wirklich zielführende Antwort darauf, weil ihr dann zahlender Kunde seid, dann kriegt ihr das natürlich auch in so einem Niveau, wie es für euch hilfreich wäre. Und das ist dementsprechend jetzt so der Weg, wie ich auch mir die Möglichkeit geben möchte, mich mit diesen Marco-Themen für euch dauerhaft auseinanderzusetzen, weil, wenn hier ein paar Kunden das kaufen, mache ich natürlich weniger andere Schulungen, weniger andere Consulting-Projekte, sondern konzentriere mich dann eben auch sehr, sehr stark auf diese extrem vielen Marco-Themen der nächsten Monate. Das ist genau mein Bereich an sich. Ich mache auch viele Marco-Schulungen, auch viele Branchenverbände und Stadtwerkeverbände und so, aber das ist halt immer dann nur so der Zugriff auf die zehn Teilnehmerinnen, die da vor mir sitzen. Na klar, ich möchte das gerne einfach breit gefächert machen. Wir haben auf unserem Lernportal, nnf.de, ist mittlerweile eine interessante dreistellige Anzahl von bezahlenden Kunden, die also irgendwann mal einen Kurs oder E-Book gekauft haben und auch mal wiederkommen und das nächste kaufen. Mit diesem Abo-Modell habt ihr dann allerdings ein klares Commitment. Ihr zahlt dafür monatlich, ihr kriegt also auch monatlich richtig geilen, exklusiven Content, den es nicht noch mal woanders gibt. Und gerade die Marco ist ja der Bereich, wo wir sowohl von der Bundesnetzagentur als auch von den anderen Verbänden zwar Inhalte bekommen, die aber meistens nicht ganz so aus Anwendersicht ausfummiert sind, wie es vielleicht hilfreich gewesen wäre. Das ist dann mein Job über dieses Lernportal. Monatliches Abo bedeutet auch, ihr könnt monatlich kündigen. Es gibt hier keine Laufzeit von einem Jahr oder sowas. Das mache ich nicht, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ganz simpel und easy, ihr gebt eure Daten ein, ihr zahlt per PayPal oder Kreditkarte und dann habt ihr dann eine monatliche Abbuchung, die könnt ihr jederzeit bei uns hier im System auch wieder abbrechen. Da habt ihr dann in eurem Dashboard praktisch bei unseren, bei euren Bestellungen den Punkt, das wieder abzubrechen. Gar kein Problem. Okay, soweit erstmal dazu. Wir werden in Zukunft hier nochmal immer so ein bisschen reinschauen und mal zeigen, was für coole Inhalte hier exklusiv drin sind auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei Spotify. Ich werde mal darauf hinweisen. Wenn ihr das gut gebrauchen könnt, dann nutzt es. Dann kauft euch hier den Zugang und abonniert unseren wunderbaren Mitgliederbereich für die Marktkommunikation. Okay, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder ähnliches, was ihr habt, gerne auch hier unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie erwähnt, auf der Shop-Seite, die ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinke, ist das Kontaktformular, wo ihr nochmal konkrete Fragen auch zurückstellen könnt. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.